Aufbau Lippenkorrekturen Aufbau Lippenkorrekturen immer noch eine der häufigsten Behandlungen in der Softmedizin der plastisch-ästhetischen Chirurgie. Auch hier haben wir eine Statistik vorbereitet, dass man sich das einmal anschauen kann. So, aber die Behandlung hier erfolgt jetzt in einer absolut natürlichen Form. Die Konturen werden hier verstärkt, ohne die Lippe an Volumen so weit zu erhöhen. Trotzdem eine fülligere, eine attraktivere Lippe anzubieten mit einem Glanzeffekt. Und das sieht die Patientin auch und ist erfreut darüber, dass es halt eben eine sehr natürliche Form hier ermöglicht wurde.